Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir mal, es wird wieder Zeit für einen spontanen Vlog. Es geht nämlich heute nach Düsseldorf in ein Ballonmuseum und schauen wir mal, was wir danach noch machen, weil ich glaube, dass es gerade auch reinkirmen ist. Und das Wetter ist leider gar nicht gut. Ich hoffe, das klappt sich noch auf und ich nehme euch ein bisschen mit. So ein Wetter im Juli ist doch wirklich ein Scherz. Ich bin gerade einfach so froh, dass ich einen Schirm dabei habe. Es regelt einfach so stark. Einfach im Juli mit einem Mantel, einem Pulli drüber und noch einem Regenschirm rumlaufen. Yay! Das ist wirklich bodenlos, aber wir machen das Beste draus. So, wir sind jetzt eingekommen und laden da nochmal hin. Aber das ist hier hinter. Aber wir müssen irgendwie gerade den Eingang suchen. Da ist es. Okay, es sieht auf jeden Fall sehr crazy aus hier. Wir haben die Tickets ausgedruckt. Da steht drauf, man muss die ausdrucken. Und jetzt gehen wir mal rein. Okay Leute, wir sind jetzt drinnen und leider gibt es keine Schließfächer. Deshalb schleppe ich jetzt alle Tasche, Jacke und so mit. Aber egal, weil hier ist es richtig warm drin. Okay, los geht's Leute. Es hört sich an, als wäre da so Donner und Blitz drin. Schau mal, hier leuchtet einfach alles. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie ein Planet. Mal, hier 소개stellt. Meanwhile draußen, das Wetter geht einfach unter. Äh, nee. Doch, also auch ein Wege gegangen. Was ist das denn? Das sieht alles hier echt sehr süß aus. Aber wir gehen jetzt gleich was essen. So Leute, wir sind jetzt was lecker fooden. Boah, wir haben beide einfach Burata. Wir sind jetzt sehr gesättigt. Ich hab grad einfach mein Oberteig gewechselt. Aber die Sonne scheint leider nicht. Wir wollten jetzt ja noch auf die Rheinkirmes gehen. Weil wir haben jetzt genau geguckt, die ist gerade auf. Und die ist einfach schon auf. Aber das Wetter ist echt nicht so schön. Aber wir schauen uns wenigstens mal an. Und vielleicht gibt es noch Schokoerbären. Aber dann geht es auch schon nach Hause. Ich glaube, ich fliege gleich. Oh yeah. Hallöche Leute, ich warte mich zurück ein paar Tage später. Weil ich war voll busy und war dann auch noch voll erkältet. Und konnte das Video gar nicht zu Ende drehen. Deshalb, ja, hier jetzt nochmal ein Endclip. Ich drehe gerade parallel auch schon ein anderes YouTube-Video. Weil ihr seht, ich bin gar nicht bei mir zu Hause. Sondern ich bin gar bei einer Freundin. Ich hab die erst am Mönesee besucht. Die sind wir in Erfurt in ihrer Wohnung, weil sie hier studiert. Und am Wochenende geht es dann endlich nach München. Also wir reisen gerade so ein bisschen mit dem Deutschland-Ticket durch die Gegend. Und wir haben ja in München Taylor Swift Karten bekommen. Und Fun Fact, das wird einfach mein erstes Konzert ever. Und deshalb blogge ich das auch so ein bisschen mit. Und wir planen gerade auch schon unsere Outfits. Ich wollte für das Video aber jetzt nochmal so ein Endclip drehen. Deshalb, das ist jetzt der Endclip. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann ihr mir auch dieses Video gesehen habt. Und ich würde sagen, wir hören uns in meinem Podcast oder sehen uns auf Insta oder beim nächsten Video hier. Und ciao!